Ey, Peter Packer, hier. Komm, hol mal einen Fernseher aus dem Technikraum. Caroline Herford und Elias M. Barek mit einem ganz speziellen Bildungsauftrag. Wer übernimmt die 10D? Das ist nämlich ein Hostiebuche. Daniel, Hure ist ein Feminiensubstantiv, ne? Wer knickt zuerst ein? Die Selle wechseln! Die Free-TV-Premiere. Fuck you, Goethe. Heute, 20.15 Uhr.